Hallo, da sind wir wieder. Fußgängerverkehr braucht 5760 TamTam. Jetzt brauchen wir erstmal TamTam. TamTaramTaram. So, wir waren aber klug, klug, und haben hier dat gemacht. Kunsthändler. Platzierung von Kunsthändlern. Minimum an TamTam produzieren. Also, die produzieren TamTam. Ist das dann hier? Kann ich dann hier einen Kunsthandel? Ich ermöglicht auch Fußgängerverkehr. Die Stoffe arschen. Ne, hier, Kunsthändler. Hm. Ich werde nochmal nach oben bauen, den Stock. Äh, hier kommen noch ein paar Geschäfte rein. Ist kaum zu glauben, aber wir brauchen echt viele Geschäfte. 22.000! Die automatische Renovierung. Bist du denn bekloppt? Ich habe mir auch noch Platz. Ach, du Schande. Ja, das hat jetzt schon wieder, ist jetzt schön ins Geld gegangen. So, die brauchen jetzt größere Auswahl an Restaurants. Das heißt, zwei Cafés, zwei Gourmier-Restaurants. Gourmier-Restaurant. Eins, zwei. Drei Gruße. Zwei Kaffees. Jetzt ist natürlich die Frage. Wenn wir jetzt hier sowas. Ist hier Deiner-Sendfisch-Salat-Pizzerien durchgehend geöffnet? Oh nein, da ist kein... Dein Kaffee kriegen wir ja leicht rein. Ist hier groß. Ich tue Kaffee. Bam. Zwei Applain-Hauswehr-Strauss. Zwei Applain-Hauswehr-Strauss. Zwei Applain-Hauswehr-Strauss. So. Ja, ein Kaffee. Also wir haben jetzt drei große Restaurants. Die haben wir. Wir haben noch keine zwei Kaffees, aber ich baue jetzt das Ding einfach hier oben hin. Was mir das Wiki anzeigt, das machen wir. So, zwei Kaffees haben wir. Zwei Gourmet-Restaurants haben wir. Zwei Foodstores haben wir. Zwei Applied-Houseware-Stores haben wir gerade nur einen. Einer ist weiter unten, bauen wir hier einen neuen. Kannst kurz was gucken. Das ist schon das Richtige, was ich da baue. Moment. 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 So, bauen wir mal den rein. So. Zwei Luxury-Stores. Das sind jetzt die einzigen, die was jetzt noch fehlen. Das ist einmal hier. Einmal hier. Das ist 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 einmal hier. Warum nicht? Ah, das ist aber gut, dann kann ich hier einen Kopierservice reinsetzen. Guck mal an. So. So, Strom. Fucking hell. So, 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 so. So, so, so. Ach, wo ist es? Shit. Was ist ausgezogen? Was ist ausgezogen hier? Okay, Baustockwerken sind günstiger. Ausnutzen. Ja. Shit, 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 bam. so und kommt jetzt mal fertig haben wir gleich wieder stockwerke dran hier miete ist so hoch hier wohnt doch niemand verdrübelt dann wir schon weil hier halt nichts los ist da oben alles was ich hier baue baue ich ja für die hier ich verstehe es nicht ich verstehe es halt echt nicht ne ich verstehe es wirklich nicht Leute ich verstehe es nicht ich kann es nicht verstehen warum das ja alles nicht zählt so so Hier oben bauen wir ein kleines Da geht ab jetzt ein paar Stuhle nach oben Ich bekomme nicht mehr Bewohner Ich muss hier immer mehr Geld raushauen Tja Tja, ja, 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 ja. Okay, günstiger Stahl ist aufgebraucht. Dauert es noch, bis wir nach oben kommen. Ja, wir müssen jetzt eigentlich... Grundsätzlich müssen wir jetzt wirklich nur warten. Bis hier jetzt endlich mal alle einziehen. Und wir, dass ich das Tamtam zusammen bekomme. Das ist ja jetzt alles, was wir tun müssen. Warten. Ich meine, ich kann hier oben jetzt hier nochmal Wohnungen reinmachen, ja? Ja, ich kann hier oben sehen. Ja, kurz, da hat er einen riesigen Busbahnhof in der Nähe in ihre Gipsbeute verlegt, weil am ursprünglichen Fletch stattfindet. Deswegen können sie mit mir Fußgänger verkehren im Geschäftsraum, ist so groß, fünf Tage erwarten, alles klar. So. So. Wer einkaufen will, soll nach oben gehen. Oh bitte, 2000 Tamtam noch. So, mach mal noch mal ein großes Restaurant rein. So. Kuckenspieler, yay. Brunchshop, Familienrestaurant, Buffetrestaurant. So. Haben wir vier. Oh mein Gott, vier haben gereicht. Dass ich das noch erleben darf. Trotzdem brauchen wir jetzt mehr Tamtam. Tamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtamtam zu renovieren also drei aufzüge ist doch glaube ich okay oder wenn wir überlegen wenn ich nur ich meine hier unten haben wir nur zwei dann beschweren sich die alle dass sie nicht so lange ankommen das tun sie ja hier nicht und dafür generieren sie alle generell keinen einfluss die gebäude weil sie leer stehen budget ist gleichbleibend ok leute wir sehen uns dann wieder ich lasse das jetzt hier einfach mal ein bisschen laufen bis wir das tamtam haben ja gleich wieder bis gleich hallo da sind wir wieder 5782 tamtam haben wir so hier fehlen jetzt nur noch luxuriöse geschäfte also fußgängerverkehr kunsthandel telefon und ein juwelier fehlt lagerraum ok wir brauchen hier aber zuerst mal telefon und unten jetzt doch weiter und unten eine dagerplatz kommt hier noch ein juwelier rein und jetzt können wir die lofts bauen wunderbar ok passt auf können wir die schmarrn blödsinn halt stopp aus so dann die schmarrn blödsinn 1 2 1 2 ok diese brauchen jeweils das und das wasser gas fernsehen alles brauchen die vor da 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 so 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 bumm edit Gebt mir den Großen. Denn wir müssen da bestimmt gleich unten nochmal anbauen. Brauchen die Telefon auch. Nein. Zack, 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 zack. Wasser, passt. Strom, passt. Kabel, Fernsehen würde ich sagen, passt auch. Wo ist Gas? Gas. Gas braucht man neu hinten. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. so ja das ist penthouse da brauchen die lang sind hier und noch nicht mal alle bewohner drin alle brauchten dat da sind schon welche eingezogen ihr habt es ja auch schön hier ihr habt es wirklich schön hier genau das sehe ich mir hier unten quasi auf hier noch für geschäfte und so glückwunsch warum wieviel wohnen da 3 mehr bewohner dat kriegen wir doch hin ja 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 ok bekommen wir hier noch wohnungen rein schade schade jetzt auch alles nicht wahr ja dann knallen wir hier solche wohnungen rein und und hauen hier zimmerpflanzen rein das ist halt problematisch dass ich hier nicht mehr bauen kann hoppen ja 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 aus. Vielleicht kein Geld nicht hab. Na, was hab ich jetzt? Ich hab schon wieder ein Achievement bekommen. Ich hab ein Achievement bekommen. Lasst gucken. Oh, äh, was? Rohrerei. Erreißen ein Gebüttel mit 200 Wasseranschlüssen. Ach so. Füllen Sie einen Recyclingraum zu 100%? Kriegen wir auch hin. 200 Telefonanschlüsse und Kabelanschlüsse. Gasanschlüsse. Kriegen wir alles hin. Schließen Sie den Auftrag Büro Bronze. Loftleben. Schließen Sie den Auftrag ab. Loftleben. Haben wir hier. Loft Apartments. Brauchen wir noch ein paar. Schwupps. Aber die müssen ja erstmal alle einziehen. Kostet 8.000. Pflanzen wir das hier rein. Bam. Kunstgalerie. Machen wir auch. Und wir produzieren gut Tamtam. Ja, die sollten hier jetzt so langsam mal alle einziehen. Wollt ihr hier nicht mal... Passt schon hier. Hier haben wir ein paar Luxuswohnungen. Eigentlich sind wir ein ziemliches Luxusding. Wohnhaus. Umso weiter es nach oben geht, natürlich. 100%. Ich denke, das Achievement jetzt nicht bekommen. Maximale Wiederverwertung. Doch, haben wir jetzt gerade bekommen. Sehr schön. Mal ganz kurz gucken. Okay, glaube ich dürfte noch gehen. Da haben wir schon. Ach so. Ich bin jetzt nicht blöd. Da brauche ich zwar trotzdem 2. Aber... Hier. 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 Das reicht ja. Prinzipiell. Wir brauchen ja bloß einen Anschluss. Renovierungsarbeiten. Starten wir gleich wieder. Was? 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 Da muss ich jetzt 100 Apartments renovieren. was? Apartment renovierender, wo noch nie mehr reingezogen ist. Oh, ist das alles blöd. Oh, ist das blöd. 19.000. Ich muss alles hernehmen zum Renovieren. Ich muss das gesamte Geld jetzt zum Renovieren benutzen. Eieieieieiei. Leute. Leute, Leute, Leute. Das ist ziemlich bescheiden. Also ab jetzt probiere ich meinen Einfluss immer nur noch fürs Reparieren zu benutzen. Oh, ich bin offline. Aber schlecht. Ich schlau gerade Videos hoch. Also merken wir uns, Einfluss wird ab jetzt nur für Renovierungen benutzt. Das wird da, das wir offen haben. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Dann machen wir den B 현. Oh, wo's das heißt. Vielen Dank.